So Ja, ja, das ist ja, ja, ja So Ja, die Anub mit Arbeitstempo können wir hier gut gebrauchen natürlich, das stimmt Sommelv lenz, ja ich glaube da drüben ist nix los gerade Ich geh mal kurz schlafen, wir gucken mal ganz kurz, unsere drei fröhlichen zwei müssten hier, warte So Warte, warte, du hast dich verändert Ist einfach, ich hab am ganzen Körper jetzt Hyalurin, ich bin jetzt straffer überall Erzähl mal bitte, wie du dein Käfig auf dem Dach gebaut hast Ich hab zuerst ein Dach gebaut Dann bin ich hier reingegangen, hab den Käfig ausgesucht und hab den hingebaut auf dem Dach Ähm Ich, ähm Wenn du auf dem Server spielst, hast du diesen Käfig nicht Weil der zu buggy ist Hyaluron, Hyaluron Hyah So, warte Warte nochmal hier rein und jetzt mal gucken, was machen die jetzt Fressen Und dann Okay, ich bin gespannt, wie das gleich ausartet Oh ja Ach, Leute, bei der Arbeit zuschauen Mh Oh, mh Ach, das ist so gut Mh Okay Abgesehen davon Ah ja, guten Appetit Ach ja, mit Salat arbeiten wir noch schneller, ne? Wir haben ja Salat hier überall Mit Salat arbeiten wir noch schneller Ähm Aber, abgesehen davon Paar Steine haben wir hier noch Wie kommen die Nägel hier rein? Was macht das hier alles drin? Hä? Sag mal Na gut, wer viel, wer viel arbeitet, der frisst natürlich auch viel Äh, 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 äh Speist natürlich auch viel Mal gucken, das wird schon Äh, müssen wir mehr Salat bringen dann wieder Wir müssen, glaub ich, bald mehr Salat holen Ähm, folgendes Was Steam ist schon wieder down Krass Was Steam inzwischen für einen Einfluss hat, ne? Ne Hä? Hier rein und da rein, so Okay, das läuft Und ich glaube, da oben unsere kleine Fickstation Unsere kleine Valentins-Abteilung Ähm Ähm, die müsste, die müsste auch laufen jetzt, ne? Wir gucken mal ganz kurz Ich geh mal kurz in die Valentins-Abteilung Jau, die läuft sehr gut Das macht ihr spitze Geil Richtiger Geburtenkanal hier einfach So, sehr gut Ja, das hier ist unsere, äh, das ist die Onlyfans-Abteilung Ja, wir haben hier vier verschiedene Studios Alle mit dem gleichen Setting, weil wir zu viel eingekauft haben Ähm, für den, äh, exotischen Freund So, eins können wir noch Die bringen wir gleich mal alle runter Ich glaube Ich glaube, wir müssen hier noch mehr von den Dingern, oh ja, wir müssen noch mehr von den Dingern bauen, glaube ich Wir brauchen noch mehr Wir brauchen noch mehr Also wenn das da oben richtig abgeht, werden wir hier alles brauchen Heilige Scheiße Ja, das wird Krass Was, okay, warte mal ganz kurz Was haben wir denn hier? Wer kommt denn hier rausgeschlüpft? Müll! Einfach Müll! Was soll ich damit? Oh, schon wieder diese Enttäuschung Mh Eltern sein ist so schwierig, man ist, man wird so oft enttäuscht Mh Fastenprofi, finde ich gut Kann man vielleicht noch brauchen Irgendwann mal reinbrüten Und hier Mh Mh Auch wieder nichts Naja Naja, ich erwarte auch schon gar nichts mehr von meinem Nachwuchs, ja Ist so, mh Irgendwie haben sie es geschafft, geboren zu werden und da hört es dann auch schon auf Das wird ihre einzige Leistung im Leben sein Naja Handwerksmeister, Workaholic und Blitzschnell Das will ich sehen Das ist, da ist das Vorbild Rolemodel einfach Rolemodel So Nur Handwerksmeister Mh, nicht gut genug Nicht gut genug Ah, nur Blitzschnell Reicht heute nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt Ah, was haben wir hier? Mehr Muskeln als Verstand und Selbstzerstörung Mh, ne Nein, leider Leider Das kommt in die Mülltonne Stell dir vor, gehst aber ins Krankenhaus Gehst als stolzer Vater ins Krankenhaus Da wird das Kind in die Hand gedrückt, du guckst so Und dann schmeißt du aber die Mülltonne und gehst wieder So, jeden Fall Gut, nochmal kurz gucken Hier, warte Was haben wir hier? Hart im Nehmen Zart im Geben Foulpelz Raus mit dir Kann sich mit Null eine eigene Wohnung suchen Workaholic, naja Mh, okay Wir brauchen einen mit beiden Traits hier langsam mal Nichts einfach, gar nichts Oh Mann Oh Mann, ich bin enttäuscht So, fleißig Fleißig, aber Endlosmagen ist nichts Endlosmagen geht gar nicht Gar nichts Warte Also, dieses Spiel bereitet mich auf das Leben vor Eltern werden, ja, ist zu 99,9% immer enttäuschend offenbar Ja, man ist fast eigentlich, man wird fast immer enttäuscht Es lohnt sich gar nicht Eltern zu werden Mh Schade Wo man selbst doch so eine Bereicherung ist Für seine Eltern So So Aber ich geh ja mal nicht von mir aus, ja Um mich geht's hier gar nicht Das ist Whataboutism So, kann ich, äh, hier nochmal, ist nochmal Platz irgendwo drin? Hier ist voll Hier ist voll Sehr angenehm, sehr angenehm, hier ist voll Hier ist voll Wir brauchen mehr Brutstation, glaube ich Das E in Eltern steht für Enttäuschung Ach, ein Träumchen So Ungenutzt, ungenutzt, ungenutzt So, rein in den Spaß Komm, komm rein in die Brut Sehr angenehm Sehr angenehm Okay Ähm Wir könnten noch acht Stationen machen, dann sind wir hier aber vor Ne, wir könnten dann noch acht Stationen machen, glaube ich Oder hier zumindest vier noch rein Aber ich glaube, dass wir langsam ein bisschen, äh, wir werden Probleme kriegen So, oh Gott, hier war's ja so scheiße, ne? Ich hätte Steine machen sollen Zwei, vier, fünf Zwei, vier, fünf Ich glaube, das müsste hier so stehen Zombie kommt seiner Arbeit nicht nach Was? Das faule Schwein Wir brauchen immer zwei antike Bauteile dafür, oh Warte mal, zwei, vier, fünf Zwei, vier, guck mal Zwei, vier, oh So Da müsste es, huch, da müsste es eigentlich stehen Ja, doch, war richtig zum Glück Okay, warte, warte, warte Ähm, dann nochmal Zwei, vier, fünf So Nochmal, wir brauchen mehr antike Bauteile, wir müssen noch ein paar Dungeons plündern Wird schon gehen Das wird schon gehen Ich weiß nicht, was ihr mit Größenwahnsinn nicht meint Das ist alles völlig In Relation So Danke fürs F drücken, Leute Vielen Dank Die Pals helfen dir einfach nicht, die sind alle im Steinbruch Keiner von denen hilft gerade Die haben so viel Spaß beim Steine kloppen Warte mal Warte mal, hab ich ein Oh, ich hab ein Zuchter-Nubis dabei, aus Versehen Ja dann, let's go Cool, danke Sag mal Alter Schwede Ich bin nutzlos, ich bin einfach nutzlos Ich Wow Ich leder hier die ganze Zeit so über die, über die Viecher ab, aber ich bin das einzige nutzlose Element im gesamten Game Heilige Scheiße Warte, warte Menschenrechte, Menschenrechte Hier wollten wir mal kurz gucken, ob die Demo noch läuft Ich find das gut Ist ja auch für die Zuschauer was Positives, wenn die es hier mitkriegen So, wie sieht es hier aus? Oh Warte, warte Transportieren Ach, die hauen die Steine auch gleich noch raus Das find ich ja super Äh, äh Monstersaft ist... Ach, Monstersaft Oh, Monstersaft, was ist denn mit dir? Komm wieder rein Moment Ich mach direkt nochmal hier, ne? Auf Maximum Let's go Dann haben wir nicht mehr so viele Steine, aber wir kriegen ja wieder neun Zombie Faulance, natürlich Die machen grad Päuschen Hm 170 Salat haben wir noch Haben wir noch? Okay 120 Salat, 373 Marmeladenbrote Okay, okay, gönn uns auch mal Ja, Lord Playgoes, ihr könnt... Macht doch Pause, macht doch Pause, ich gönn euch das, na klar Ich würde euch auch gerne mal wieder am, am, am Spaßband sehen hier Würde ich auch gerne Okay, wir brauchen mehr Zement, ne? Mehr Zement, mehr hochwertige Metallbahnen Wir brauchen noch viel mehr Zement Und wir brauchen Pellsaft Munter ans Werk Munter ans Werk, Mr. Playgoes Munter ans Werk Okay, wer war hier nicht ganz so scheiße? Workaholic, Handwerksmeister und Blitzschnell Handwerksmeister, Workaholic, Handwerksmeister, Blitzschme... äh Schm... Schmell Sollte ich eigentlich da oben austauschen, ne? Ich sollte den eigentlich schon mal austauschen Handwerksmeister, Workaholic, Handwerksmeister, Workaholic Handwerksmeister, Blitzschnell Okay, dann würde ich quasi... Only Jens austauschen Was war das Letzte, was ich noch draufkriegen wollte? Warte mal, Handwerksmeister und Blitzschnell Handwerksmeister, Workaholic... Was wollte ich als Letztes noch draufkriegen? Fleißig, glaub ich, ne? Fleißig wollten wir noch kriegen Haben wir noch irgendeinen mit fleißig? Wir haben noch keinen mit fleißig, oder? Oder haben wir... Oh Gott, ich muss da auch mal wieder... Fleißig, doch wir haben einen mit fleißig Dann wird's nur noch Glücksspiel Diese Musik grade... Ist irgendwie schön, aber passt grade so gar nicht Sadist, Blitzschnell, Oberbergmann Ach, ich wünschte, Oberbergmann wär nicht für uns Workaholic, Blitzschnell Warte mal... Oh, hier ist noch einer Blitzschnell, okay Ich nehm den mit fleißig auch noch mit raus Äh, wo ist denn der? Den hier, Stämmiger Wuchs, Handwerksmeister Warte mal Oh nein, der ist ja auch ein Boy Warum sind immer alle männlich? Also ich will ja keine... keine sexistische... sexistischen Vibes rüberbringen, ja? Aber mich nervt, dass die immer alle männlich sind Bitte nicht canceln So, Workaholic, Handwerksmeister, Blitzschnell Ich müsste die beiden jetzt eigentlich... aber die sind halt beide... die sind beide männlich Ich hab nix dagegen, wenn die Liebe machen, aber da kommt halt kein Ei raus Handwerksmeister, Blitzschnell Handwerksmeister, Workaholic, Blitzschnell, okay Ich nehm Only Jens raus Only Jens ist nicht mehr gut genug Es tut mir leid, Only Jens, es tut mir leid Wir hoffen auf ein weiteres fleißig Wir hoffen auf ein weiteres fleißig Wir hoffen auf ein weiteres fleißig hat mich inspiriert. Gut. Mit Quinn Lana. Ich brauch fleißigen Nachwuchs, Leute. Ich brauch fleißigen Nachwuchs. Komm mit. So. Ich muss kurz in den Schritt greifen und dann geht's auf nach oben. Auf geht es in unsere Valentinsetage. Das Steine klopfen hab ich vermisst. Das Steine klopfen hab ich ein bisschen vermisst. Der gute Sound fleißiger Arbeit. So. Was wir gleich noch brauchen. Warte kurz. So. Weiter geht's. Macht mir keine Schande. So, die nehm ich schon mal mit. Was wir brauchen. Wir brauchen mehr Torten, ne? Die brauchen wir. Kann ich eure Eier mal kurz sehen? Danke. War keine Aufforderung an euch. Das war in-game gemeint. Wie viele Torten haben wir denn noch? Oh shit, wir brauchen unbedingt neue Torten. Oh, warte mal nicht. Das meine ich gar nicht. Entschuldigung. Ich wollte... Jetzt hab ich die umsonst rausgepackt. Ich brauch ein bisschen Abstand, ne? Warte mal. Okay, warte, warte. Hatte ich das so gemacht? Ja, ne? Ich glaube. Müsste hinhauen. Ich will das nicht tun, aber ich muss. Ich liebe alle meine Kinder. Und dann muss man sie schon mal auf ihr Zimmer schicken. Auch wenn das Zimmer auf dem Dach steht. Gut, 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 gut. Haben wir noch ein paar, die sich hier verstecken? Wäre doch schade. So, das war's, glaub ich. Ah, das war's doch noch nicht. Workaholic Blitz schnell. Inzwischen müssen wir leider ein bisschen mehr separieren. Die lass ich noch mal hier, ne? Fleißig. Ja, die lass ich noch mal. Äh, wir brauchen die später. Ich muss die hier oben zwischenlagern, weil damit wir uns nicht die ganze Base zustopfen. Ähm, und wir brauchen die später. Wir werden später Gönnergy aus denen machen. Deswegen hab ich die hier oben zwischen gespeichert. Ähm, wir werden später... Sie kommen später wieder in Freiheit, aber nur kurz. Oder sagen wir so, die Freiheit, sie werden bis zu ihrem Lebensende in Freiheit leben. Ja, ist das... Ja. Und das ist doch was Schönes. So, ist der Jungmann wieder verwirrt. Ich bin nicht eingeloggt gerade. Wo sind meine Pantoffeln? Blitzschnell und Handwerksmeister. Okay, das ist doch eigentlich gut. Das ist nicht so wild. Oh, Angst, Hasen und Unbelast. Mh. Und jetzt wisst ihr, warum wir die Sachen auf dem Dach haben. Achso, ja, dann gerne. So, Handwerksmeister. Mh. Handwerksmeister und Workaholic. Das ist alles ganz gut, aber wir brauchen inzwischen auch bessere. Wir brauchen inzwischen halt auch bessere. Wir können jetzt nicht mehr... Wir brauchen Leute mit drei geilen Traits. Ich bin inzwischen... Je mehr Kinder wir haben, desto mehr steigt natürlich auch die Erwartungshaltung. Mh. Okay. Ja, und mehr Weibchen brauchen wir auch, aber bei den Anuben sind, glaube ich, nicht so viele Weibchen dabei, ne? Ich glaube, bei den Anuben haben wir generell größtenteils Männchen. Ja, den Boss Anubes wollte ich mir noch holen. Das brauchen wir auch noch. Den wollte ich mir noch holen. Ich habe mich bisher noch nicht getraut. Wir sollten aber, ne? So. Gut. Der ist Level 50, ne? Glaub ich, oder? Ne, 47. Kriegen wir den mit unseren normalen Sphären? Oder brauchen wir... Brauchen wir dafür... Brauchen wir dafür die ultra-guten Sphären? Weil die kann ich, glaube ich, noch gar nicht, ne? Mit Terra 2%. Reicht Ultra für den? Die hängen jetzt einfach nur noch an... Die hängen jetzt einfach nur noch hier rum. Die machen nichts anderes mehr. Oh, Panas Licht ausgemacht. Cool. So, ich mache wieder an. Ähm. 27 habe ich. Könnte reichen. Der hat Level 47. Und wir bräuchten... Der hat Feuer. Ne, warte mal. Anubis? Was hat ein Anubis überhaupt für ein Ding? Ich kann auch jetzt mal gucken. Der hat nicht Feuer. Warte mal, warte mal, warte mal. Erde hat der. Gegen Erde hilft. Hilft Schatten gegen Erde? Was hilft denn gegen Erde? Gras. Gras könnte gegen Erde gehen, oder? Ich muss pinkeln. Dann, wenn wir Angriffsmacht, der macht eh viel Damage. Den haben wir schon mal... Den haben wir schon mal, äh... Ein paar... Die haben auch schon ein paar Sachen verfüttert. Ich meine, wir könnten es probieren. 73 Gewehrmunition. Ob das reicht, weiß ich nicht genau. Ich muss pinkeln. Warum muss ich jetzt pinkeln? Oh, geil. Und drei hochwertige Metallwachen. Ja, let's go. Oh Gott, wir brauchen mehr Anuben hier. 73 Gewehrmunition. Ich hoffe, das reicht. Wenn ich es nicht schaffe, ist auch egal. Äh, wir müssen den halt nur finden, ne? Der war... Hier oben war der. Gibt es da keinen Flugpunkt in der Nähe? Was ist mit der Musik? Aber die passt gut jetzt zur Musik. Warte. Ich muss pinkeln. Nach Osten. So. Ja, nun was haben wir die Pumpgun. Da muss ich noch ein bisschen näher ran. Wir gucken mal. Ich weiß, was gegen den hilft. Wir müssen es nur mal probieren. Oh, wir haben die ganzen Sweepers hier. Aua. Die ganzen Sweepers haben wir hier wieder. Oh. Das ist doch ein Glück. Jumbo-Ei. Nehme ich mit. So. Hallo, guten Tag. Die Sweepers sammeln wir ein anderes Mal. Das Experiment mache ich off-screen aktuell. Können wir später mal reingucken. So. Bosskampf mit voller Blase. Jaja, da merke ich nichts mehr. Wir müssen, wir müssen Prioritäten setzen. Bosskampf pinkeln. Das ist so, ist, ist no-brainer. Erstmal Bosskampf. So. Spark it. Haben wir die eigentlich schon eingesammelt? Weiß ich gar nicht. Der Mastard, der ist eine Truhe. Die nehme ich mal mit. Vielleicht ist da noch was drin. Was liegt da drüben? Dumuts. Geil. Drei Brote, die helfen uns jetzt. Ach, wir sind fast da. Wir müssen jetzt nur gucken, hier in der Wüste. Der müsste ja irgendwo rumfliegen. Der latscht hier immer irgendwo rum. Der kann überall sein. Volle Blase, gut für Aim. Werden wir gleich, werden wir gleich sehen. Also entweder werde ich gutes Aim haben, dann kann ich sagen, liegt er noch voll in Blase. Oder ich treffe mal daneben, dann werde ich sagen, liegt er noch voll in Blase. Ach so, ja, die können wir machen. Ich fliege mal da hin, wo ich ihn gesehen hatte. Hangyu. Das war... Wahrscheinlich genau da. Da steht wahrscheinlich auch die Statue, ne? Wer hat ihn in der Statue gesehen? Oh, was bist du denn? Ein Frossei in der Wüste? Okay. Interessant. So, Lovanda. Da ist die Statue. Da ist er. Okay. Ich hoffe, ihr müsst sich keine Lovanda ein. Dann würde ich zuerst mal, nicht Einzelschussgewehr, ich mache die Doppelflinte und entlade die mal in seinem Gesicht. Während er, während er schläft. Mal gucken, was passiert. Huh! Was war das? Der ist ja schon übel. Oh, ein Grus macht es fast down. Oh, und ich muss die Rüstung wechseln. Genau jetzt. Oh, na. Oh, scheiße. Leck mich doch am Arsch. Ah. So. Der ist echt übel. Ich glaube, der wird mich erwischen. Alter, was war das denn? Hat er mir gerade die Prügel rausgeschneißt? Warte. Oh, nein. Das hat mir noch gefehlt. Jo, ich bin erst mal weg. Für den brauche ich eine andere Strategie. Sag mal, die ist aber, die Lovanda ist auch noch dran. Ich hätte ihn nicht rausholen sollen. Ich hätte ihn nicht rausholen sollen, ist auch so ein Satz, wo man im Internet Probleme kriegt. Oh, noch mehr Lovanda. Ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Wir brauchen, wir brauchen, ähm... Wir brauchen einen anderen Plan bei dem. Wir hatten ihn aber gut runtergekillt eigentlich, ne? Der ist wieder voll shit. Der ist wieder voll shit. Wir haben ihn eigentlich gut runtergekillt. Eigentlich war das gar nicht so scheiße. Aber wir brauchen, glaube ich, ein paar mehr Pelz. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Okay. Junge, Junge. Seine Angriffe waren aber auch geil. So eine Angriffe waren aber echt geil. Also, war... Der ist machbar. Wir brauchen nur... Wir brauchen wirklich nur mehr Pelz. Wir hatten zum Beispiel mit drei weiteren Naturpelz. Hätten wir den gelegt, glaube ich. Hm. Oh, was denn hier? So, warte. Was war denn hier? Ich bin zwar ein bisschen down, aber... Angriffsmacht erholt sich gerade wieder. Ja, mit voller Blase hätte ich es halt nicht machen können. Ich muss halt zugeben, die volle Blase war es einfach. Es war... Sonst hätte ich ihn geschafft, auf jeden Fall. Ja. Bin ziemlich sicher. So. Die Futter brauchen wir nicht mehr. Die haben wir schon. Ich gehe nur ganz kurz hier rein, damit wir uns noch ein paar antike Bauteile holen, ne? Also, wenn ihr Anubis macht, äh, den Boss, dann macht das nicht mit voller Blase. Ich hab das für euch mal ausprobiert gerade. Jetzt wissen wir es. Das nächste Mal mit leerer Blase werden wir es schaffen. Oh, einen Nox brauchen wir noch. Level 13, ähm... Da mach ich lieber Pistole, oder? Geil. Zwei Noxies brauchen wir noch. Wenn ich jetzt hier rausgehe und wieder reingehe, ist er wieder da. Warte, ich gehe mal kurz raus und dann gehen wir... Da ist noch ein Nox. Oh, warte, warte. Den kriegen wir noch. Das sind zwei Noxens. Ein D-Dream, der ist mir egal. Hör, 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 hör. Müsste reichen. Jo, haben wir auch komplett. Geil. Komm mal. Bist du dumm, oder so? Kein Verständnis dafür. So, Nox haben wir voll. Geil. Sehr gut. La 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 la. Was ist denn hier? Oh, wie cool. Das sieht aus wie... Makronen. Mh. Sieht aus wie Schokomakronen. Ich will Schokomakronen. Geile Kokosmakronen mit geilem Schokoüberzug. Mh. Oder weißt du, worauf ich echt mal wieder Bock hab? Super Dickmanns. Super Dickmanns. Super Dickmanns. Lade nach. Also, Aim mit voller Blase geht. Der Aim ist ganz gut. Volle Blase hilft. Ja, super Dickmanns in der frische Box. Aber... Da noch ein geiles Brötchen mit Butter. Mit echter Butter drauf. Ferrero Küsschen würden auch voll gehen. Daumen dick die Butter. Nee, 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 nee. So, warte. Ja, die machen mich leider auch super Dickmann. Ja, ja, leider, ja. Leckermäulchen ist so. Liebe die. Super Dickmanns esse ich mal mit dem Löffel. Einfach die Waffel unten abmachen. Den Dickmann mit dem offenen Ende nach oben auslöffeln. Das ist ja auch eine geile Idee. Aber dann schmilzt doch die Schokolade in der Hand. Aber die Idee ist geil. Man müsste ein bisschen einfrieren vielleicht vorher. So ein bisschen abfrieren, oder? Ja, danach. Danke fürs Warten. Im Kühlschrank lagern. Hm. So. Ja, die machen das schon. Ähm. Oh, ups. Oh, okay. Die Truhe haben wir. Badabada-badam-baba. So. Zombie kommt sein aber wieder nicht nach. Ich wollte es nur sagen. Keine Wertung, aber ich finde, Zombie ist ziemlich faul. Also. Wow. Habe ich so noch nicht erlebt. Das Team verlässt sich halt auf ihn, ne? Und er macht nix. So. Hä? Hä? Was machst du denn? Oh, das ist, äh... Das war frech. Die greifen aber nicht uns an, oder? Was habe ich dir gesagt? Was habe ich dir gesagt? Ihr sollt uns nicht angreifen. Oh. Mein schönes Schild. Hört auf damit jetzt. Ah, okay. Ich bin ehrlich, die sind eher lästig. Wir kriegen... Ach, das ist minderwertige Munition. Die brauchen wir halt auch gar nicht. Hm. Ich bin wieder ein weiteres Mal enttäuscht. Warte mal, ging es hier nicht noch irgendwo anders hin? Warte. Hier, ne? Hier war das. So. Yo, wir kommen zum Bossfight. Wir kommen zu die Bossfight. Mal gucken, mal gucken, wen wir hier die Kredenz kriegen. Ich bin nur wegen der in antiken Teilen da. Ist ein Low-Level-Dungeon. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Oh, ist auch noch nicht Bossfight. Sie sah gerade so aus. Die kämpfen gerade gegen Mau. Brauchen wir noch Maus? Brauchen wir die noch? Meine schön teuren Sphären. Ne, haben wir schon voll. Okay. Oh Gott, ihr seid zu lästig, ne? Lade nach. Merken die eigentlich nicht, dass ich auf die zukomme und die einfach wegballer, die ganze Zeit in den Kopf? Die müssen doch auch irgendwann denken, oh. Wenn ich überleben will, ist es nicht meine beste Option, den Typen anzugreifen. Züchtest du später auch Pelz, äh, Gronkh? Flame Rays? Sie tun es genau in diesem Moment. Während wir durch die Welt laufen, sind die Pelz daheim ordentlich am Reibungsenergie erzeugen. Sie tun es den ganzen Tag und sie tun es die ganze Nacht. Diese Pelz tun es. Und sie hören nicht auf. Oh, ha, Cognitos? Okay. Enterhakenpistole. Go. Oh, Mist. Oh, Mist. Ich kann mal stehen. Als ob der mich noch erwischt hat. Shit. Oh, die treffe ich irgendwie ständig. Die sind so am Zappeln immer. So. Nein! Was? Der war Level 90. Ich hätte den längst capturen können. Längst. Oh. Hi. Wir reden nicht mehr drüber. Wir reden nicht mehr drüber. Das ist, äh... Das, ähm... Es war... Es lag an der vollen Blase. Es lag an der vollen Blase. Ich würde euch nicht empfehlen, so zu kämpfen. Da kommt nichts Gutes bei raus. Ich wollte gerade Angriffsmacht reiten. Aber es geht nicht. So. Okay. Weiter geht's. Ah, guck mal hier. Haben wir aber schon. Sweet! So. Was war das da hinten gerade? Ist da was reingedroppt? Bambusklamm? Mein Bambus ist sehr klamm. Okay. Der lebt noch. Okay, warte. Ich habe was vor. Oh. Ja, genau. Bleibt dahinter. Sehr gute Idee. Please, 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 please. Come on. Come on, man. Come on. Come on. Ja, wir haben ihn. Ja, geil. Ja. Geile So... Geile Soße. Komm, ich lasse ihn mal raus. Wir brauchen ihn nicht, aber ich lasse ihn mal raus. Ja, Mann. Oh, schön. So. Ribboni. Oh, schön. Ja, ein Demonstranten mehr. Das ist richtig. Und vor allen Dingen aber so einen guten. Sweepers brauchen wir auch noch ein paar. So. Ähm... Ich wollte eigentlich beamen. Da. Sweep! Ich trau mich sonst nicht so richtig. Oh, Doppelfrinte. Müsste eigentlich gehen, oder? Ich trau mich sonst nicht so richtig. Ach. Jetzt kommen die Angescheid... Äh, jetzt kommen die Aller... Ich hasse Diaholz. Sweepers eigentlich nicht. Oh, Shit. Ups. Verfressen. Okay, den hasse ich doch. Der ist kacke. Den brauche ich nicht. So. Gut. Einen großen Sweeper haben wir. Da drüben ist... Oh, so. So, ich gehe mal kurz... Ich gehe wieder nach Hause. Worte. Einmal hier rüber. Au, 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 au. Was der Plan für die Sweepers? Ja. Oh, ja. Mit denen habe ich was vor. Ich wollte gerade sagen, der Stein macht sich nicht von alleine, aber da habe ich mich getäuscht. Na gut. Und hier? Wie sieht es aus? Könnte besser sein. Wenn man mal nicht da ist. Irgendwie ruckelt mein Spiel gerade ein bisschen. Okay. Wen kann man noch reinbringen? Handwerksmeister, Stämmiger Wuchs. Ich muss noch mal kurz gucken. Stämmiger Wuchs war Verteidigung 20. Okay. Handwerksmeister und guter Läufer. Workaholic und Handwerksmeister. Handwerksmeister und fleißig. Ich mache hier Only Jens. Only Jens kann immer noch hier in der Mine arbeiten. Äh, ich meine im Spaßbereich unserer Abteilung. Der ist halt nicht mehr für die Zucht, ne? Der ist, jetzt mit der Zucht ist vorbei. Er hat alles gegeben. Seine saftigen Tage hat er uns geschenkt. Und jetzt kann er, jetzt kann er hier. So, wir könnten dann noch jemanden brauchen. Duckmäuser ist glaube ich egal. Handwerksmeister, guter Läufer. Guter Läufer blitzschnell, reicht nicht. Wir brauchen... Mal gucken. Duckmäuser, können wir nicht brauchen. Manu Kuhle. Was, mich bitte und die Kinder werden überragend sein? Die werden wohl nicht so überragend sein. Wir suchen nämlich gerade keinen für die Zucht und du hast es gar nicht kapiert. Wir brauchen jemanden hier. Für den Arbeitsmarkt. Ach, die sind langsamer jetzt aber ein bisschen, ne? Man sieht's schon. Weil die beiden gerade ausgefallen sind und die werden dann gleich ans Band gehen, glaube ich. Das ist gut. Wir brauchen nur genug Anuben, damit da immer drei Leute arbeiten und dann... Wir brauchen sechs Anuben hier rumlaufen. Wir brauchen sechs Anuben hier. So. Mal ne Kuhle, weniger bedanken, mehr arbeiten. So. Sehr gut. Die Hälfte ist schon geschafft. Fast. Fast. So. Apropos. Die hatten sie ja bereits, aber ich hab wieder Bock drauf. Das ist Elflin. Jemand hat mich gerade daran erinnert. Ich werd sie auch genauso nennen, wie man gerade geschrieben hat. Oh ne. Der soll aber nicht fertigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich wollte den gar nicht. Okay. Ja gut, ich mein, wir haben jetzt zwei von denen und ne Aufsichtsperson. Vielleicht reicht das ja. Mal gucken. Sternchen, was los... Ah, okay. Wie die mal rennen und sich freuen. Was machen zu können. Also Aufsichtsperson, ich bin ganz ehrlich, Aufsichtsperson, ähm, sieht schon beeindruckend aus. Ich, äh, würde jetzt auch arbeiten, wenn ich ihn sehen würde. Weiß, wie es euch geht, aber... Nun. Nun. So. Mit drei Anuben wird's schneller gehen, ja, aber ist egal. Ich find so ist lustiger, wenn wir Aufsichtspersonen dabei haben. Kann ich das... Okay, kann ich nicht tragen. Gut. Mach ich eben so. Plup. Ich muss eh abladen. So. Oh. Entschuldigung. Und dann rein mit dem Zement. So. Prima. Das ist sehr gut, wie er hier rumläuft. Ganz ehrlich, ich find das gut. Aufsichtsperson war ne gute Idee. Ich find das gut, wie der hier rumläuft und alles kontrolliert. Aber auch mitarbeitet, das muss man auch sagen. So, die leveln hier grad noch ein bisschen. Ach, und die räumen jetzt... Die räumen die Steine jetzt immer raus da. Guck mal. Dann haben die beiden doch was zu tun. Geil. So, Aufsichtsperson guckt erstmal, ob hier alles läuft. Was ist hier los? Ich will auch helfen. Aber ich hab in der Schule nicht aufgepasst. Darum verdiene ich kein Geld, jetzt im Erwachsenenleben. Hätte ich damals mal nicht die Schule geschwänzt. Hm. Naja. Ich kack hier erst mal in Busch. Was macht der da? Kackt der da in Busch? Hat der gerade in Busch gekackt? Oh, die haben die Steine getroppt gerade. So. Junge, Junge, Junge. Okay, gut. Äh, ich geh nochmal nach oben. Als ob. Was ist das denn? Okay. Menschen kann man leider nicht züchten. Es wäre so schön. Und ich find's ein bisschen diskriminierend, aber es geht nicht. So. Hallo. So, warte. Ups. So, hier wieder rein. Schwierig, hier reinzukommen. So, Leute, wie sieht's aus? Denen fehlt, jedem fehlt Kuchen, ne? Ja, ja, wir brauchen wieder Torte. Wir brauchen leider wieder Torte. Ohne Torte machen die nichts. Ohne Torte finden wir das Loch nicht. Wo Essen rein muss. Ja, gut. Dann mach ich mal ungenutzt. Okay, dann rein da. So, klar. So. Jetzt gucken wir mal, was für neue Enttäuschungen wir erwarten. Mh, mh. Cool. Naja, naja. Keine große Enttäuschung. Nur eine kleine. Ist ja auch schon mal schön. Man muss sich auch über die kleinen Dinge im Leben freuen. Oh. Sehr gut. Das war keine Enttäuschung. Der sieht sehr gut aus. Hallo. Langsam. Langsam. Man muss nur meckern. Ja. Grufti. Äh, aus dem wird nix. Der schließt sich zu Hause ein und guckt sich am Computer Furryporn an. Naja. So. Hier. Grufti, das bin ich. Oh. Oh, was? Elf, denn was? Oh, Workaholic und fleißig. Ja. Ja, wir haben eine Mischung aus beiden bekommen. Ja, es hat funktioniert. Hallo, Elflin. Okay. Der ist nichts. Aber wir haben eine Mischung bekommen. Wir haben die Mischung, die wir wollten. Einmal immer schon mal. Das heißt, wir können oben austauschen, glaube ich. Motivationscoach. Bringt das was? Nee, ne? Nicht für uns, glaube ich. Ich muss nochmal gucken, was das macht. Aber ich habe das Gefühl, unser Badge hier ist diesmal ein bisschen besser. Fleißig. Okay. Ja, aber das... Hm. Motivationscoach, mein Arbeitstempo, schade. Dann bringt uns das nix. Okay, schade. Aber der Badge war besser als vorher. Ich hatte schon mehr Enttäuschung. Ich hatte schon mehr Enttäuschung, als ich hier war. Oh, es geht noch weiter. Um Gottes Willen. Wir brauchen mehr Kuchen. Mehr Torten. Okay. Nicht ganz so scheiße. Aber naja. Werden auf jeden Fall langsam besser. Fleißig und Workaholic. Geil, wir haben zwei davon. Ich hoffe... Ich hoffe verschiedene Geschlechter. Ich glaube, sie haben fertig. Und wir brauchen Torte. Wir brauchen Torte. Die können nicht mehr ohne Torte. Hm. Waren die hier voll eigentlich? Ach. Moment. Workaholic. Okay. Fleißig. Oh, okay. Okay, okay. Bitte sagt, dass sie verschiedene Geschlechter haben. Workaholic und fleißig. Geil. Okay, die Chance steigt. Die Chance steigt. Wir gucken gleich mal. Workaholic und fleißig. Nochmal. Aber warte mal, wir haben noch das Blitzei, ne? Wir haben das Blitzei noch, was wir gefunden haben. Hier. Etwas warm, aber ist egal. Oha. Die hatten wir alle. Okay. Ich muss kurz mal was gucken. Was macht er mit? Oh, der trittelt im Schlaf. Oh, er träumt gerade. Oh, wie süß ist das denn? Oh, so sweet. Oh, ist schon süß. So. Okay. Ich muss mal gucken, wie ein Salat ist, die genug haben. Äh, und ich wollte gerade kurz gucken. Junge, Junge, Junge. Ähm. Weiblich. Mit drei Trades. Oh, gut. Sehr gut. Oha. Oha, oha. Workaholic, Blitzschneid und Handwerksmeister. Swakey, hab ich richtig geschrieben? Ja, ne? Swakey. Liebe Swakey, gib alles. Gib alles in der Zucht. Jetzt müssen wir... Ja, Quinn Lana wird ausgetauscht. Warte mal, war das richtig? Swakey, Quinn Lana, okay. Swakey ist schon, schon am Pennen, ne? Ich finde die gleich wieder. Quinn Lana, es tut mir leid, aber... Du musst auch mal, du musst auch mal, du musst auch mal... Ruhe bewahren. Okay, Motivationscoach war eigenes Arbeitstempo, okay. Und jetzt schnell... Mh, 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 mh. Ja... Mh, 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 mh. Das ist einfach eine komplette Enttäuschung. Richtiger Fail einfach. Ja, nö. Nö. Okay. Stämmiger Wuchs. Blitzschnell, guter Läufer. Wen haben wir gerade noch drin? Raccoon Cat mit Handwerksmeister, Workaholic, Blitzschnell. Handwerksmeister, Workaholic, Blitzschnell. Okay. Fehlt nur noch fleißig als letzter Trade. Ja. Ja, Swakey, dich bedanken, du musst Leistung bringen, leider, ne? Also, ich werde da schon drauf gucken. Wir werden... Wir werden gleich gucken. Ja, Isabella, wir gucken mal, ne? Wir... Wir schauen mal. The show must go on da oben im Valentinsdorf. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Vielen Dank.